Bin ich auf Makro. So, einmal die drei achten. Dann, Kieb her. Ich hab gerade noch mal auf Poker. Das war jetzt eine lange Runde. Ja. Das war schon mal. Du hast das Ausdrehen und Mischen den ganzen Tag zu länger gedauert, als du spielst. Jetzt noch mal von weit, da muss ich aber... Ja, geht. So. Boah, schwer.